frischer kaffee am morgen den brauchen auch diese beiden zum start in den tag doch es gibt ein kleines problem kaffee muss sein damals haben wir uns extra für diese maschine entschieden aber jetzt auf dauer ist sie einfach nicht mehr zuverlässig und gerade wenn dann eben dieses wasser mit so ein bisschen kaffee aroma rauskommt dann funktioniert es einfach nicht ein neues gerät soll her entscheidungshilfe gibt es von einem echten barista ist nicht schlecht geschmacklich schon ein echter unterschied zu den anderen und auch das testen wir in dieser sendung kaffeesorten aus dem supermarkt ich fahre fleißig shoppen ein bisschen kaffee eingekauft woran erkennt man gute kaffee qualität wir finden es heraus ich finde auch so ein bisschen feucht wirkt er oder bild ich mir das ein aber glänzt so ganz leicht wie so ein film drüber das alles heute in preiswert nützlich gut der perfekte kaffee espresso cappuccino und co wir sind in landau in der pfalz hier starten ines und david mit einem gemeinsamen frühstück in den morgen und klar eins darf dabei natürlich nicht fehlen eine gute tasse kaffee doch leider spielt dabei einer nicht mehr so richtig mit auf die probe stellt uns manchmal unser kaffee vollautomat also irgendwie funktioniert er nicht ganz sauber ich glaube jeder kennt das also man hat vielleicht einen stressigen morgen und dann ist man eh schon knapp dran und dann kommt noch so eine kaffeemaschine dazu die einfach nicht richtig funktioniert das ist einfach dann dann startet der tag schon irgendwie schlecht klar darauf haben sie keine lust mehr und deshalb möchte das paar sich gerne ein neues gerät zu legen nur welches sie wird die beiden bei der suche unterstützen reporterin hendrike brenningmeier die drei kennen sich bereits denn ines und david haben mit hendrikes unterstützung schon erfolgreich nach einem neuen toaster und pürierstab gesucht jetzt wollen sie das nächste küchengerät ersetzen also eigentlich sieht sie ja ganz schick aus muss man ja aber schick aussehen reicht halt nicht immer so ganz zuverlässig ist sie leider auch nicht was macht sie nicht was sie machen soll manchmal tröpfelt sie den kaffee einfach nur so raus dann ist der kaffee auch dünner wie sonst so ganz dahinter gekommen sind wir nicht warum das passiert ihr alter vollautomat hat vor fünf jahren knapp 200 euro gekostet zur reparatur war er bereits leider ohne erfolg und nicht nur die leistung lässt nach es gibt auch ein hygienisches problem mit dem kaffeesatz denn der fällt nicht nur in den dafür vorgesehenen behälter und man kommt natürlich auch nicht an alles super dran also wenn ich hier oben versucht zu putzen nicht dass du schlag bekommst man sieht das ist vor zwei tagen geputzt worden und heute sieht sie so aus das heißt der kaffeesatz verteilt sich eigentlich überall in diesem in diesem ganzen motorraum und wir haben keine chance da irgendwie das alles richtig zu putzen ja bei so einem gerät nutzen dann auch die besten kaffeebohnen nichts mehr was seid ihr bereit dafür auszugeben für den kilo kaffeebohnen also ich weiß es von dem hier wenn der nicht im angebot ist dann kostet der so zwischen ich glaube 14 99 und 16 99 wobei wir uns natürlich auch nicht wahnsinnig gut auskennen mit den bohnen wir kaufen hier rein nach geschmack aber ich finde da können wir auch noch einiges dazu lernen okay diesen wunsch erfüllen wir gern doch zunächst muss eine neue maschine her wollt ihr wieder ein vollautomaten wo man nur auf den knopf drücken muss ja da kommen wir eigentlich zu einem wichtigen punkt vor allem mir fehlt so ein bisschen dieses kaffee zelebrieren dieses ritual den kaffee dann irgendwie zu machen du möchtest an der stelle dann doch gerne ein bisschen mehr arbeit haben ja also schöne arbeit genau und um diesen kaffeesatz irgendwie aus der maschine raus zu verlagern wäre halt so eine sieb träger maschine relativ sinnvoll ist aber schon dass die ein bisschen teurer sind ja das wissen wir ja was halt ihr bereit auszugeben für so eine sieb träger maschine wir haben uns zähne knirschend oder ja mit schwerem herzen dazu entschieden zu sagen unser budget beträgt 1000 euro das ist meine ansage aber vielleicht gibt es ja auch was deutlich günstigeres wir werden sehen ihr habt richtig lust auf den perfekten kaffee die frage ist wie viel muss man dafür ausgeben sowohl was die boden als auch was die maschine angeht das lassen wir uns jetzt mal von einem echten profi zeigen und dafür geht's nach rastadt wenn einer weiß wie man guten kaffee macht dann er ich bin torsten heizmann und ich mache kaffee ich bin barista kaffee röster und unternehmer leidenschaftlich menschen beeindrucken zu können mit dem kaffee das ist einfach geil wer kann das von ich na dann mal los ines und david haben ihren alten vollautomaten mit nach rastadt gebracht der kommt aber erst später zum einsatz denn zunächst gibt es einen kaffee vom meister persönlich mehr als ihr euch sonst gibt ja absolut absolut wir sind ja hier wegen siebträgermaschinen das ist ja euer interesse ich würde vorschlagen ihr könnt torsten jetzt mal ganz in ruhe ausfragen alles was ihr jemals über kaffee kaffeemaschinen und siebträgermaschinen wissen wolltet ich gehe in der zeit mal ein bisschen kaffee kaufen für nachher was macht eine gute siebträgermaschine aus das erklärt torsten am besten an seinem eigenen liebling in seiner rollenden cafeteria ok ich war noch nie in so einem markt ich auch nicht wow ok das sticht natürlich schon raus herzlich willkommen ja das hier ist die maschine das ist ja jetzt wirklich eine große maschine wie viel kostet denn sowas ja unterschiedlich man darf nicht nur die maschine als kostenfaktor sehen ja sondern wir haben natürlich die mühle und so im gesamten musste schon so ab zehntausend rechnen tja so hoch ist das budget der beiden dann doch nicht aber so groß muss das gerät ja auch nicht sein das prinzip der maschine ist relativ schlicht heißes wasser wird mit viel druck durch ein kaffeesieb gepresst daher der name siebträger das hat natürlich auch richtig gewicht da ist noch der kaffee drin der ganz noch so schön so schnell wird man also ein echter barista aber muss es wirklich eine sieb träger maschine sein schließlich gibt es neben vollautomaten ja auch noch filter maschinen welche unterschiede gibt es da ines david jetzt machen wir eine verkostung hier werdet jetzt drei verschiedene kaffees kosten die gleiche sorte ein hundertprozentiger arabiker aus und durchaus sehr fein sehr ausgewogen können wir als americano aber auch als filter kaffee nehmen und ich möchte dass ihr mir sagt was schmeckt euch am besten wichtig für jeden kaffee der malgrad der bestimmt wie viele inhaltsstoffe aus dem kaffeepulver gelöst werden interessant oder wichtig ist für ein filter kaffee haben einen schönen groben malgrad ja weil je feiner wir malen je langsamer läuft dadurch na das heißt ich muss jetzt je nach maschine auch den malgrad anpassen genau genau jede maschine an anderen marken jede zubereitung hat einen anderen malgrad der siebträger mal mir einfach ein bisschen feiner für einen echten americano braucht es sehr feines pulver denn der ist ein verlängerter espresso und kommt am nächsten an filter kaffee heran americano kann auch der vollautomat die bedienung ist kinderleicht ohne nachfüllen und knopf drücken und dann kann es losgehen mit dem geschmackstest welche maschine überzeugt am meisten die mit siebträger mit filter oder doch der vollautomat die nummer drei hat mir persönlich hat es am besten geschmeckt stimmt der war wirklich sehr gut aber das war die nummer eins auch ja das ist wirklich schwierig also der erste war der amerikaner aus der siebträger maschine der zweite war ja vollautomat und der dritte war filter kaffee aber schon wahnsinn oder gleicher kaffee unterschiedliche zubereitung wahnsinn geschmacklich abgeschlagen der eigene vollautomat überraschender sieger der filter kaffee doch leider fehlt hier das klassische barista feeling beim zubereiten und so bleibt bei ines und david der wunsch nach einer echten siebträger maschine nur mit welchem kaffee auftritt hendrike die stichproben von kaffeebohnen und pulver liegen preislich zwischen rund 8 und knapp 22 euro pro kilo also teilweise ganz schön weit auseinander horsten was sagt denn der preis über die qualität des kaffees aus erst mal gar nichts der preis ist unterschiedlich liegt am einkauf wird viel eingekauft oder wird weniger eingekauft gibt es kleinröster ist industrie röster teurer kaffee ist nicht gleich super kaffee im endeffekt muss jeder verbraucher wissen was ich für ihn kaffee wert schmeckt man die preisunterschiede das wollen sie jetzt herausfinden drei kaffees treten gegeneinander an der teuerste kostet 16 euro 99 der günstigste 8 euro 99 und das mittelpreisige bioprodukt gibt es für 10 euro 99 damit es fair zugeht bereitet torsten alle drei kaffees unter denselben bedingungen zu und zwar in einer french press so ich habe für euch drei kaffees sieht schon mal gut aus die kühler der kaffee wird je intensiver und je mehr aromen nehmen wir war ok jetzt hat es jetzt gar ein kleines bisschen abkühlt gerade fangen wir mal mit rot an würde ich vorschlagen wir arbeiten uns dann vor ist man schön ran ist mit offenem mund ich bin ehrlich also für mich richter nicht gut ich weiß nicht ich finde es irgendwie für mich nicht typisch nach kaffee aber vielleicht schmeckt er ja besser schmeckt für mich jetzt intensiv aber nicht nach kaffee also ich habe auch kein gutes mundgefühl wenn ich den so versuche also gerade im nachhinein finde ich den nicht angenehm im mund ich weiß nicht ich finde irgendwie schmeckt er nicht so ganz rund nicht so vollmundig eher so wässrig runde zwei die teuren bohnen oder ist bitter finde ich ja stimme ich dir zu aber aber im nachgang ist er angenehmer ja und zum schluss der günstige kaffee da schmecke ich noch eine ganz andere note raus ist es schokoladig oder würzig also mehr arom ein bisschen finde ich auch ihr wisst ich trinke kaffee nicht so gerne ohne milch aber der blaue blaue hat mir am wenigsten schlecht geschmeckt alle blau ja ja die frage ist was bedeutet jetzt das blauen die auflösung eine echte überraschung für die kleine runde zeig mal das ist der blaue der günstige kaffee ihr könnt echt geld sparen wir können jetzt tatsächlich sagt ja nichts über die qualität jetzt erstmal aus nein erst mal nicht geht jetzt wirklich wie es schmeckt okay es müssen also nicht immer die teuersten bohnen sein und jetzt wird's ernst welche siebträger maschine soll es werden zur erinnerung das budget der beiden ist ganz ordentlich maximal 1000 euro bei der beratung hilft fachverkäuferin nadine roter wir suchen siebträger maschine ja und am besten ein bisschen größer als die die wir gerade angeschaut haben ja schön wäre für uns wenn man das irgendwie verbinden kann dass die malt und man dann auch den kaffee gleich zubereiten kann in einem ja perfekt ich habe auf der anderen seite hier stehen die klassischen einsteiger modelle die alles eines gemeinsam haben sie werden mit einem thermoblock beheizt das unterscheidet sie von torstens profigerät die professionellen siebträger maschinen bestehen nämlich meist aus einem oder zwei boilern in denen wird das wasser für den kaffee erhitzt thermoblöcke dagegen funktionieren wie durchlauferhitzer in einem aluminium block ist ein spiralförmiges rohr integriert an dem ein elektrischer heizstab verläuft der erhitzt das wasser vorteil thermoblockgeräte sind preisgünstiger und schon nach wenigen sekunden einsatzbereit das ist besonders morgens praktisch wenn es schnell gehen muss so wie bei ines und david das muss die maschine denn können guten kaffee machen mich aufschäumen ist auch immer ganz gut wir sind zwei personen das heißt kaffee oder espresso für zwei wäre uns wichtig ich kann ja hier ein und zwei tassen einstieg ich kann natürlich auch cappuccino machen ich kann hier milch aufschäumen als erstes wollen die beiden ein gefühl für die maschine bekommen das ist schwer aber es liegt auch gut in der hand dann okay die letzte hälfte ist dann schwieriger ich probiere es auch mal aus aber fühlt sich an sich gut an ja hat schon gewicht hat gewicht auf jeden fall viel schwieriger finde ich so habe ich rein zu machen ja wenn man den dreheimer raus ja ja da braucht man ein bisschen handling für wahrscheinlich ja okay der preis für dieses gerät knapp 320 euro allerdings in dieser preisklasse auch ohne mühle die würde rund 180 euro extra kosten die nächste siebträgermaschine liegt bei 360 euro inklusive einer extra mühle fällt auf das ist schon ganz anders geneigt das ist jetzt nicht in einem sondern das das ist richtig schwierig aber es fühlt sich fest an ja das wäre dann die passende kaffeemühle da ist jetzt die maschine und die kaffeemühle von der gleichen marke muss das denn von der gleichen marke sein oder kann ich das auch variieren nein das ist das können sie variieren integrierte und welche tücken haben die kompakten maschinen ich habe so den eindruck dass ich wenn ich hier male weniger sauerei in der küche habt ihr wenn ich mit dem mal weil es irgendwie zielgerichtet darunter fällt oder hier fällt aber auch was daneben auf jeden fall was ich das einzige ist es wirklich bei der maschine da ist es komplett drin da ist es komplett drin und da fällt gar nichts daneben neben einem integrierten malwerk lässt sich hier die eigene kaffee vorliebe nach belieben einstellen und abspeichern und es gibt noch ein besonderes highlight so wenn ich jetzt hier mein kaffee habe ein malen lassen ich habe sie drei mal lassen dann kämpfe ich hier gleich direkt am gerät und zwar tempel ich immer mit 20 kilo das heißt sie können gerne mal drücken also ich habe es nicht das gefühl dass ich hier 20 kilo runter drücken finde ich total angenehm das überzeugt das paar diese sieb träger maschine für 799 euro möchten sie testen sie bietet unter anderem drei kaffee programme ein integriertes malwerk und einen zwei liter wassertank zum drehzeitpunkt gibt es zur maschine unter anderem auch eine abklopfschale dazu und was ist mit den beiden günstigen maschinen welche überzeugt also ich muss sagen ich finde es allgemein bei beiden ein nachteil dass keine mühle mit dabei ist aber ich würde er zur kitchen aid handieren tatsächlich ja kann ich voll mitgehen damit geht auch das modell für 319 euro 99 ins rennen es hat ein kaffeeprogramm aber kein integriertes malwerk der wassertank fast 1,4 liter zusätzlich nimmt das paar die markengleiche kaffeemühle für 179 euro 99 dazu aus dem internet kommt noch ein günstiges gerät für 129 euro 99 sowie eine einfache mühle für 31 euro 99 dazu zum zeitpunkt des drehs gab es beide geräte im set die maschine hat ein kaffeeprogramm kein malwerk und fast einen liter wasser alle drei maschinen können übrigens milch aufschäumen für eine werden sich ines und david später entscheiden gleich geht es ans austesten der neuen maschinen doch zuvor hat hendrike in saßbach etwas ganz besonderes für die beiden organisiert einen echten barista kurs den wollte david schon immer mal machen ich freue mich tatsächlich richtig drauf heute ist so dieses handwerk zu lernen wovon was wir letztes mal hatten ich bin gespannt und freue mich wahnsinnig aber mich kitzelt auch schon richtig in den fingern ja dann kann es ja gleich losgehen barista torsten heizmann erwartet sie schon in seiner rösterei los geht's mit ein paar ganz grundsätzlichen dingen das ist jetzt der rohkaffee wir haben einmal hier ein robusta einmal arabica das sind die zwei gängigsten sorten die so der kunde am meisten kauft auch die bohnen aus unserer verkostung waren jeweils arabica und robusta mischungen zur unterscheidung arabica bohnen haben einen leicht s-förmigen strich in der mitte robusta dagegen einen eher geraden strich was ist denn jetzt genau der unterschied zwischen arabica und robusta zwischen arabica und robusta arabica ist viel feinfühliger nutzen wir zum beispiel als filter kaffee gerne 100 prozent arabica war schön fruchtig oder schokoladig in robusta ist ein bisschen kräftiger intensiver hat ein bisschen mehr koffein also ein bisschen mehr pusht und nutzt man gern in einer espresso mischung für eine schöne crema ok und wie erkenne ich jetzt ob es sich um eine gute bohnenqualität handelt oder nicht wir sehen jetzt hier zwei sehr gute röst kaffee qualitäten ja wir haben hier in espresso geröstet als robusta er ist nicht glänzend er ist schön matt ja nicht zu hell ja nicht zu kräftig das tolle ist er macht gar keine bläschen er schwitzt überhaupt nicht er schwitzt nicht ja was heißt das schwitzt das heißt er hat keine feuchtigkeit er wurde nicht zu heiß geröstet sind die sonst nass oder was ja ich für eine gute bohnenqualität spricht es sollten matte bohnen sein und es sollten keine bruchstücke oder schwarz gerösteten bohnen in der packung zu finden sein ende gewinnt immer der geschmack es kann noch so schön aussehen wenn es mir nicht schmeckt und es kann doch so doof aussehen wenn es mir am ende schmeckt ja und der preis ist für mich in ordnung es ist auch fein bei der kleinen verkostung neulich schmeckte allen der günstige kaffee am besten und wie sehen dessen bohnen aus ich sehe zum beispiel jetzt nicht wirklich bruch also für mich ist es dabei glaube ich hier tatsächlich finden sich dann doch einige bruchstücke das sind wir jetzt im endeffekt ich finde auch so ein bisschen feucht wirkt er oder bild ich mir das ein aber glänzt so ganz leicht so ein film drüber ist relativ kräftig gerüstet sieht aber jetzt kann gar nicht so schnell aus der günstigste das das counterprodukt unterm strich bist du zufrieden torsten eigentlich zufrieden ja dann würde ich sagen wir probieren mal den nächsten die mittelpreisigen bio bohnen für 10 euro 99 konnten zwar geschmacklich nicht überzeugen haben aber rein optisch keine schlechtere qualität bleibt der teuerste für knapp 17 euro bei der verkostung landete der auf platz zwei spiegelt sich der hohe preis in der qualität wieder also die röstung ist jetzt nicht gerade eine gleichmäßige röstung wir wirklich auf verschiedene röst gerade da sieht man deutlichen farbverlauf also das ist schon eine größere fehlerdichte ja bin ich ein bisschen enttäuscht also wenn man so die preise vergleicht hätte ich mir hier doch noch mal was besseres erwartet hoher preis gleich gute verarbeitung in unserer kleinen stichprobe war das nicht der fall forsten danke dass du uns hier so aufgeklärt hast über kaffeebohnen qualität und du wirst noch weitermachen weil ihr zwei lernt jetzt ein bisschen was über eure siebträger test maschinen und ich werde ins labor fahren und mir die maschinen mal von innen anschauen und gucken steckt da qualität drin dafür geht's für hendrike nach stuttgart bereits im vorfeld haben wir die drei ausgewählten maschinen an ein prüfinstitut geschickt nun sind die ergebnisse da sämtliche maschinen wurden auf ihre sicherheitsqualität geprüft und zwar von ihm laborleiter sven richard kann ich mal sehen dass sie so entdeckt haben ja dazu muss ich maschinen öffnen los geht's mit dem teuren modell geprüft wurde ob im inneren der geräte alles sicher für den gebrauch verbaut ist ihr eindruck sieht etwas unordentlich aus aber das hat keinen einfluss auf die funktion würden sie sagen dass ein oder andere teilchen dürfte auch aus was anderem als kunststoff sein das wäre heutzutage ein schöner wunsch aber finden sie bei keiner maschine bei den hochpreisigen italienischen maschinen die sie aber noch nicht für das geld bekommen da sind durchaus auch noch metallteile verbaut gut dann würde ich mir gerne mal die anderen zum vergleich anschauen ja dann machen wir die auch noch auf wie sieht es wohl in der mittelpreisigen maschine aus immerhin kostet die fast 500 euro weniger als die teure ich sehe weniger unordnung die kabel sind etwas sauberer verlegt als hier drüben aber es ist auch sehr kompakt alles sind sie insgesamt zufrieden aus sicht der elektrischen sicherheit ja zum schluss ist die günstigste maschine dran sie kostet nur knapp 130 euro sieht man das das sieht jetzt einfach ein bisschen weniger aus etwas mehr platz weniger bauteile im inneren dadurch dass ich an der maschine alles von hand macht und so gut wie nichts einstellen kann brauche ich auch die ganzen anderen bauteile nicht doch auch das günstige gerät hat die prüfung bestanden alle geräte wurden auch auf mögliche verbrennungsgefahren bei der bedienung überprüft auch hier gibt's entwarnung alle drei sind sicher es kommt heißer dampf raus er gibt noch geht nach unten aber ich verbrenne mich da nicht bleibt noch die frage wie gut die espresso zubereitung der maschinen aus laborsicht abgeschnitten hat das sehen wir später zurück nach sassbach in die kleine rösterei von torsten heizmann der erklärt gerade wie man den leckersten espresso aus seiner maschine herausholt david ines jetzt erwartet ihr von mir dass ich euch das ein bisschen beibring ich würde einfach mal sagen wir probiere jetzt einfach mal aus wir nehmen einfach mal für alle drei maschinen den gleichen kaffee denn nur dann lassen sich geschmacksunterschiede allein durch die zubereitung erklären ganz schön laut ich glaube das reicht erst mal okay noch mal ein bisschen wir brauchen relativ feinen mahlgrad je feiner die langsamer läuft der kaffee durch je gröber je schneller läuft den kaffee durch und espresso soll zwischen 20 und 30 sekunden durchlaufen mal sehen ob die günstige maschine diese zeiten einhält premiere an der sieb träger maschine für david messen legen wir den mal hierher das ist schon der erste angriff genau genau und dann hebst du das nicht wie ein schulkind sondern einfach mal so ja ja gut weil man braucht schon richtig genau so 12 bis 15 kilo genau schön und gleichmäßig das ist in ordnung je glatter das pulver angedrückt wird desto gleichmäßiger wird der kaffee extrahiert und desto besser ist die qualität ines du zählst ok espresso sollte man übrigens immer umrühren damit sich die kaffee schichten verbinden und ein runder geschmack entstehen kann und wie schmeckt er ines und david schmeckt ein bisschen bitter und noch nicht so kräftig da muss noch ein bisschen mehr eingestellt werden auf jeden fall das heißt wenn der uns jetzt zu dünn ist was müssen wir an der maschine tun damit er dicker wird ein bisschen feiner mal je feiner wir mal je länger der durchfluss je intensiver der kaffee also neuer versuch dieses mal wird länger gemahlen dann darf sich ines an der maschine versuchen beste voraussetzungen für zu hause espresso marsch laufzeit wieder nur 18 sekunden wenn wir jetzt mal wirklich sehen schöne hasenluss braune crema also wirklich sehr angenehm nicht zu hell nicht zu dunkel helle crema heißt immer unter extrahiert zu schnell gelaufen sauer über extrahiert also wenn es wirklich dunkel und schwarz geht ins kräftige zu lang gelaufen gute crema erkennt man am zuckertest der sollte nicht einsinken sondern circa drei bis fünf sekunden auf der crema liegen bleiben aber weicher runder ok ist aber auch jetzt vergleichbar finde ich mit unserem zu hause also es ist für mich jetzt kein wow weißt du wie ich mein ja schon voller bisschen mehr kaffee aromen aber immer noch das pulver müsste also noch feiner sein genau dafür haben die beiden teureren kaffeemühlen bis zu 70 malgrade so kann man je nach geschmack und kaffeesorte den richtigen mahlgrad auswählen lass uns doch einfach mal der mahlgrad anschauen ist schon auch noch ein bisschen ja und es ist auch ein bisschen wenig pulver aber lass uns mal gucken getestet wird jetzt die mittelpreisige maschine für knapp 320 euro 11 12 13 14 also deutlich zu kurz mindestens 20 sekunden sollten es eigentlich sein ist tatsächlich sehr dünn also verliert sich dann auch gleich wieder so im mund weil wenn es so dünn ist dann kommt vom aroma gar nicht so viel durch also das ist kein kaffee für mich was müssen wir ändern damit der kaffee kräftiger wird was 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 denkt ihr also wir müssen wieder gucken dass er langsamer fließt das heißt wir brauchen einen feineren mahlgrad noch feiner wie jetzt eingestellt ja okay und wir brauchen mehr menge schnell wird klar für jede maschine muss erst das richtige gefühl entwickelt werden 21 22 23 23 das sieht doch schon mal gut aus und schon mehr kaffee also nicht ja deutlich deutlicher unterschied aber ich finde ihn auch sehr bitter ok deutlich intensiver kräftiger ja bitter kann ich jetzt gar nicht bestätigen weil ich finde eine schöne rund gutes mundgefühl schokoladig also wirklich gut also bin überrascht fehlt noch das teuerste gerät für knapp 800 euro malen und tampern ist hier deutlich bequemer und auch der brühvorgang dauert 18 19 20 21 das war schon lange aber auch lange genug ist nicht schlecht das war der erste löffel da kam jetzt nicht schlecht geschmacklich schon ein echter unterschied zu den anderen okay das wichtigste was sie über die drei geräte wissen müssen haben sie schon mal gelernt doch torsten gibt noch einen tipp für zu hause ganz ganz wichtig kaffee verändert sich der kaffee reift wir haben eine andere luftfeuchtigkeit also ist nicht so dass ich einmal meine maschine aufwendig einstellen und dann immer den guten kaffee hat sondern es ist immer im spiel tag für tag um zu gucken was kann ich denn heute am besten rausholen genau zum krönenden abschluss gibt jetzt noch einen kleinen milchschaum lehrgang ganz wichtig die milch sollte einen eiweißgehalt von mindestens 3,4 gramm haben denn der bestimmt die textur das kännchen immer nur bis zur mitte befüllen und die sogenannte zieh und roll phase beachten die phase ist dass ihr die lanse ganz ganz dünn unter die mich damit wir ein bisschen ziehen können die mich so nach oben genau wir wollen keinen bade schauen wir schön cremig okay und das ganze die sie phase machen wir bis körpertemperatur deswegen hast du die hand dran das ist ganz ganz wichtig wenn wir die 36 grad erreicht haben gehen wir ein bisschen höher mit den tändchen suchen wieder den fixpunkt und wollen das ganze der schaum verlagert sich auf eine seite genau damit machen wir die milch schön cremig auch das milch aufschäumen braucht etwas übung und torsten hat noch einen tipp wir können einfach leitungswasser nehmen ein schuss spüli und das üben das funktioniert ähnlich ich bitte euch nur nicht das zu trinken zurück in landau wird das gelernte gleich mal umgesetzt wir üben bis das nicht aufschäumen mit dem wasser und spüli klappt schon mal ganz gut und sieht sogar fast aus wie geschäumte milch und jetzt dran an die sieb träger maschinen die basics haben sie ja bereits gelernt oder gibt es da etwa noch probleme auch scheiße jetzt haben wir einen fehler gemacht machen wir den sieb träger vorsichtshalber rein und dann ich jetzt mal auf start tja übung macht den meister zwei wochen zeit haben die beiden ihre drei sieb träger maschinen in aller ruhe zu testen schon einheitlich aber es bilden sich immer noch so klümpchen zwischendurch schon mal rein so jetzt geht so ein bisschen weiter zu aber ich sehe immer noch deutliche brüche also die crema ist nicht so dick das heißt der kaffee ist eigentlich zu dünn wir müssten den kaffee dicker machen das heißt wir brauchen einen feineren malgrad aber feiner malgrad geht mit der maschine gar nicht weil ich kann ja gar kein feiner malgrad einstellen ich kann nur lange auf der mühle drauf bleiben aber feiner als so jetzt halt auch nicht schnell wird klar mit der günstigen mühle können sie die espresso qualität nicht mehr steigern also steigen sie schon mal auf die teure mühle um beim teuersten modell braucht es das nicht hier ist das malwerk integriert der kaffee an oder der espresso sieht ja nicht schlecht aus guck mal also die crema hellbraun sein soll ja na halloa gut wie der milchschaum aussieht gefüllt bis zum rand nicht schlecht in den kommenden 14 tagen werden david und ines noch eine menge kaffee zubereiten dann müssen sie sich für ein modell entscheiden bevor es soweit ist hat hendrike noch einmal einen termin in stuttgart es geht um die richtige temperatur beim espresso machen denn die ist enorm wichtig die temperatur in der tasse sollten so um die 70 grad sein das ist heiß genug damit der espresso ein volles aroma entfalten kann aber noch nicht so heißt dass ich mir den mund verbrennen in allen drei maschinen wurden je zehn es pressi nach werkeinstellung gebrüht nach jedem brühvorgang wurde dann mit hilfe eines temperatur fühlers die temperatur des espresso ermittelt zum vergleich die erste tasse des günstigen modells erreichte eine temperatur von 66 grad die des mittelpreisigen 67 und das teure gerät kam auf 66 grad der errechnete mittelwert zwischen der fünften und zehnten tasse kam beim günstigen auf 72 grad beim mittelpreisigen gerät auf 71 und beim teuren modell auf 73 grad woran liegen diese temperaturschwankungen die temperaturschwankungen liegen an den verbauten thermoblöcken in den geräten die erste tasse ist meistens etwas kühler weil der thermoblock sich erst noch aufheizen muss das kann der benutzer umgehen indem er zum beispiel den siebträger erst mit heißem wasser spült danach ist das gerät auch richtig heiß den temperaturtest haben alle geräte bestanden die geringsten differenzen gab es beim mittelpreisigen gerät was haben sie noch gemessen wir haben auch unter anderem die kaffeestärke gemessen und die gelösten stoffe im kaffee also das heißt was unten raus kommt sozusagen von dem was man oben reingetan hat genau wie viel von den bohnen in meinem kaffee tatsächlich dann auch ankommen mit hilfe eines sogenannten refraktometers lässt sich im labor der anteil des kaffeeextrakts messen und damit das was wir am ende beim kaffee heraus schmecken dazu werden einige tropfen espresso in das refraktometer gegeben und dort die darin gelösten kaffeepartikel ermittelt daraus ergibt sich der prozentuale kaffeeextrakt pro getränk tatsächlich löste die teure siebträger maschine mit 23 69 prozent am meisten kaffeepartikel aus den bohnen was heißt das geschmacklich das heißt bei dem ersten gerät hier vorn ist der kaffee er etwas bitter bei diesem gerät kann manchen leuten schon zu sauer sein und bei diesem gerät ist der geschmack relativ ausgewogen zwischen bitterkeit und säure im ergebnis bekommen sie aus allen diesen drei maschinen einen guten espresso bei richtiger einstellung versteht sich und je nach preis mal mehr mal weniger exakt in landau ist die zweiwöchige testphase zu ende jetzt müssen sich ines und david für eine siebträger maschine entscheiden das sieht ja hervorragend aus ihr seid perfekt vorbereitet ihr habt sie gut behandelt wie ich sehe aber ihr habt sie schon benutzt wir passen schon gut auf wir haben sie schon ganz schönes herz geschlossen passt denn dieses ganze eher aufwendige kaffee machen in euren alltag rein das kostet also es ist jetzt nicht mehr so leicht morgens die kaffeemaschine anzumachen drauf zu drücken und dann läuft der kaffee raus aber tatsächlich hat sich dadurch also ein bisschen mein persönlicher kaffeekonsum reduziert weil ich ihn irgendwie ein bisschen deutlich kräftiger trinke und dann langt mir einfach einer oder zwei man muss auch sagen auch wenn wir jetzt eine maschine besser finden als andere wie auch immer uns haben alle maschinen überzeugt vom geschmack also im vergleich zu unserem vollautomat den bisher hatten waren alle drei maschinen besser also es wird auf jeden fall eine siebträger maschine nur welche wie fällt das Fazit für die günstige maschine aus allein vom handling ist es bei der so dass die eben relativ schmal und leicht ist so dass wenn man den siebträger vorne einsetzt dann rutscht die schnell mal nach rechts und links also die steht auch nicht wirklich stabil also das gefühl für diese maschine konnten wir nicht so richtig entwickeln okay und eben auch nicht unbedingt für die mühle die ist unheimlich laut so in der kombination hat uns das günstige gerät nicht überzeugt welche dann gibt es einen klaren favoriten so eindeutig war bei uns die auswahl dann gar nicht weil wir wirklich diese mühle von der mittelpreisigen maschine besonders toll fanden weil hier so viel variiert werden kann deswegen war es ein ganz langes hin und her zwischen der mittelpreisigen und der teuren aber was ist es geworden tja was soll ich sagen damit steht schon richtig ich ahne es auch wenn sie groß ist und 13 kilo schwer die ist wirklich massiv haben wir uns für die teure entschieden da bin ich aber froh dass ihr jetzt euren favoriten gefunden habt und man muss glaube ich sagen also eine siebträger maschine die muss man schon wollen das macht alles ein bisschen mehr arbeit und wer das echte barista feeling will der sollte auch eher ein bisschen mehr geld ausgeben dass man da noch so ein bisschen mehr feintuning machen kann und bei den kaffeebohnen ja ich habe gelernt da gibt es allein optisch schon richtige unterschiede qualitätsunterschiede was einem am ende am besten schmeckt das ist aber dann doch ja wie immer geschmackssache und auch vielleicht ein bisschen gewohnheitssache das muss dann jeder für sich selber entscheiden apropos entscheiden ich würde mich jetzt für einen kaffee entscheiden ja machen wir jetzt auch eis kaffee bei euch können wir gerne eis kaffee haben